Herzlich willkommen im salzigen Spucknapf. Wie hart bist du? Wie hart ich bin! Hast du noch mehr Tattoos? Ich denke nicht, dass das nötig sein wird. Danke. Wir sehen uns drin, Spongebob. Wie hart bist du? Wie hart ich bin. Hast du eine Flasche Ketchup? Na sicher? Jetzt geht's los.